hmmm ok was erwartet uns hier eine weitere patrouille oder glaube ich nicht so suchen wir halt weiter in diese stadt irgendwo müssen die hier sein oh viel leicht hmmm Okay, bekommst du aber nichts. Aber du hast einen Risiken, nicht wahr? Du hast einen größeren Risiken, alleine zu sein. Wie, was ist, wenn er verletzt wurde? Was ist, wenn er verletzt wurde? Was passiert, wenn jemand anderes verletzt oder verletzt wurde? Und du hast diesen... ...verletzten, der dich in eine schlechte Position setzt. Ja, ich glaube, das ist auch wahr. Eher alleine sein würde, so wie Biel, oder... ...so in einer Stadt leben, in einer Siedlung, wie die anderen. Hm, ja, ist schwer zu sagen. Echt schwer zu sagen. Hm. Tja. Und wie es Biel wohl geht? Hm. Würde mich schon interessieren, ob er noch lebt, was er macht. Ob er sich getötet hat, wegen seinem Partner. Oder so. Tja, ist auch schon über vier Jahre her. Tja. Ja, der gute alte Biel. Hm. Okay. Ich glaube, da vorne sind ein paar. Und ist hier auch was versteckt? Na, ich glaube nicht. Aber da beim Krankenwagen... ...da könnte was sein. Was denn? Was zu? Äh... ...machst du? ... 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 Soll also ihre Liebe spüren. Und wenn man das ja nicht will, dann... Ja, wird man getötet, sehr wahrscheinlich. So eine Scheiße läuft hier ab. Wiff, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF ist in euer Haus eingebrochen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, hausweise Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo das alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, ihnen zu erklären, wie schwer wir es hier haben. Dass die Väter uns vergessen hat und dass wir alle Dinge tun mussten, auf die wir nicht stolz sind. Sie schienen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein Seraphiten-Gebet in seiner Tasche gefunden. Wir haben versucht, sie aufzuhalten, es tut mir so leid. Okay, Seraphiten-Gebet, was ist das denn? Okay, das google ich mal kurz. Moment. Was ist das denn? Äh, wie schreibt man das hier? Seraphiten-Gebet. Was ist das denn? Wasser lassen sein. Okay, da wird nichts angezeigt. Nur The Last of Us, zwei Collectibles. In Sammelge gestand. Hä? Okay, da wird sonst nichts angezeigt. Okay, es ist nur was... Äh... Von hier, von diesem Spiel. Ist sonst hier nichts religiöses. Okay. Keine Ahnung. Okay. Hm. Tja. Okay, was ist das denn? Hm. Okay, Seraphiten. Habe ich echt noch nie gehört. Keine Religion oder sowas. Das habe ich echt noch nie gehört. Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber vielleicht eine eigene Religion. Keine Ahnung. Von Phaedra-Typen? Ah, könnte es sein. War das Tommy? Okay, wieso gehen wir so nah ran? Oh, Brüste. Klicker Brüste. Oh. Oh. Okay. Ah, da würde ich auch einnicken. Hm. Interessant. Okay, was nicht passiert. Oh, nee. Ich schätze mal, dass es Tommys Pferd. Noch ein Pferd wurde getötet. Hm. Ist alles gut? Ja, sorry. Es ist nur ein... ...zuch. Du wurdest aber nicht gebissen, oder? Ich muss sie auf den Faden ausziehen. Du bist gut, um weiter zu gehen? Ja, ich bin gut. Bitte. Okay, ich habe das Gefühl, sie wurde gebissen. Irgendwie. Vielleicht nach der Sprengfahrt, als sie abgehauen ist. Oh, das ist wirklich nur der Gestank, kann auch sein. Das ist echt übel hier. Okay, Tommy hat es mit seinem Pferd soweit geschafft. Bis hierhin. Okay. Hm. Die wurden hier erschossen, okay. Was ist denn hier genau passiert? Hm. Tja. Wo ist jetzt einmal Tommys hier... ...schnell durchgerannt? Also durch, äh... ...mit dem Pferd hier. Äh, galoppiert. Mit dem Pferd. Und hier wurde es dann hier von den Klickern erwischt. Und Tommys dann wohl zu Fuß weiter. Und diese Hunter 2.0 waren wohl auch dicht auf den Fersen. Und haben die hier vielleicht erschossen. Könnte sein. Ach man, schon zwei Pferde. Aber das werden sie bezahlen. Das werden sie bezahlen. So, jetzt müssen wir schon drei Leben... ...brechen. Hm. Hm. Na, wir haben viel zu tun, Dina. So. Drei Leben für hunderte. Da müssen hunderte von ihnen sterben. Na, aber sie wurden so ausgelöscht. Mehr oder weniger. Okay. Na, das ist nicht schlimmer als die Fireflies. Hm. Denn die hatten wenigstens Standard. Was sie einhalten. Nicht so wie die hier. So schätzen sie zumindest ein, die Fireflies. Dass sie ja Regeln hatten, was sie tun und was sie nicht tun. Na, bestimmt sind hier bald welche. Spätestens dann beim Turm. Und da könnte wohl auch schon Tommy unterwegs sein. Ja, da vorne. Wir sind nah dran. Das ging schnell. Hm. 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 Es sollte die Frage werden noch. Ob das hier nur Tommy war. Oder ob seine Verfolger das auch waren. Hm. Hm. Ja, wo durch? Ja, keine Ahnung. Hm. Hier. Ah, vielleicht. Ist jetzt aber unmöglich. Hat ja alles schön abgesperrt. Das ist ja ganz toll, Tommy. Dankeschön. Jetzt müssen wir außen rum. Oh, shit. Oh, shit. Tripwire. Shit. Good catch. Ich hab's vor dir gesehen. All over. Probable for infected. Still. One wrong step. Yeah. Hm. Hm. Ja, da können wir auch nicht hin. Ja, schön. Vorsichtig. Hm. Vorsichtig, Tina. Weh, du läufst da rein. Okay, da müssen wir da vorne hin. Da können wir nicht durch. Ja, okay. Es ist wohl hier nicht so mit Looten. Hm. Okay. So hat sie gut. Da heißt nichts. Okay, Sekunde. Muss auch mal den Browser schliessen. Ganz vergessen. So. Damit ich die Aufnahme im Blick habe. Ist wichtig. Okay. Okay. Hm. Hm. Aber trotzdem würde ich schon noch gerne hier looten. Hier und da. Hier gibt es bestimmt noch so einige. Das Wassergras macht mich nervös. Ja. Es wird schwierig zu sehen. Genau deswegen. Und du läufst voll rein. Oh, die. Das Wassergras macht mich nervös. Das Wassergras macht mich nervös. Erst mal reinlaufen. Natürlich, Tina. Okay. Da vorne. Ja. Sieht man keins. Kommt man da rein in den Truck? Fängt also dem wie nicht so aus. Da. Ist da vorne Loot? Versteckt. Ist hier Loot versteckt? Nee. Aber hier können wir so rein. Hier geht es nirgends weiter. Okay. Aber warum können wir dann hier hin? Ist ja seltsam. Hier ist nirgends. Hier ist nirgends. Immer schön vorsichtig. Okay, wir sitzen da vorne aus. Geh mal weg da. Da ist nirgends gut. Ah, hier ist auch nirgends. Schade. Okay. Hier ist wohl keine Falle. Das ist toll. Oh Gott, hier können wir so rein. Perfekt. Ich hoffe, das hier ist optional. Hoffe ich. Und ich hoffe... Oh, das bist du. Meine Fresse. Mann, die macht mich verrückt. Hey. Ich hoffe, hier sind keine Fallen drin. Das wäre sonst nicht so schön. Oh, was ist da? Oh, geil. Sammelkarte. Schön. Pissarebra. Okay, Pissarebra. Hört sich wie ein Pokémon an. Interessant. Hm. Bahar Esa. Intelligenz 80. Musikkraft 100. Ja, so sieht das auch aus. Oh, endlich mal einer, der allein ist. Okay. Der jungen... Ah, der jungen. Der jungen Bahar Esa stand eine strahlende Karriere als Wissenschaftlerin bevor. Hä? Okay, was ist denn der jetzt? Als Wissenschaftlerin bevor. Okay, er hat sich umgewandelt. Aber ihre Arbeit als Assistentin von Dr. Uckmann endete in einer Katastrophe. Bei einem von Uckmanns eigenmächtigen Experimenten kam sie mit einer frühen, gefährlichen Form seiner kraftgebenden Rezeptur in Kontakt, die alle ihre Muskeln, sogar die in ihrem Gesicht, enorm anschwellen ließ. Oh. Ihre unglaubliche Kraft machte sie zu einer Gefahr für andere und sie wurde zu einem Ausgestoßenen. Jahrelang sahen sie allein auf Rache. Doch vor kurzem fand sie in der betagten, zerbrechlichen Nalle die der Yao Fool eine Freundin und Verbündete. Ein Neu-Top-Beweis dafür, dass Gegensätze sich ranziehen. Ah, das stimmt. Okay, interessant. Also so ein Mini-Hulk. Interessant. Tja, schon traurig. Hm. Okay. Tja. Okay, aber die andere kennen wir noch nicht. Ich hoffe, wir finden die noch. Hm. Okay, was haben wir hier? Okay, was ist das hier? Oh. Ähm. Sieh zu, dass du den Umschlag vor Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten sechs Ziffern von Stacys Telefonnummer genommen. Okay. Ich dachte, das kannst du dir gut merken. Hehe. Okay, Annie, ein Save. Dass du den Umschlag vor Montagmorgen zur Bank bringst. Okay, welche Bank? Ich hoffe nicht die, die wir eben waren. Dann da können wir nicht mehr hin. Aber okay, schätzen wir mal nicht. Das ist eine andere Bank. Okay, ein Save. Alles klar. Mal schauen, wo wir hier eins finden. Was ist da? Da willst du Spaß haben? Ruf Stacian! Aha. Okay, so ein Telefonstreich. Interessant. Ach, meine Fresse. Na, bin ich nur erschreckt. Toll. Blöde Jumpscare. Scheiß. Äh. Jedes Mal. Toll. Na, die warten nur darauf. Dass hier mal jemand vorbeikommt, dann können sie hier laut Überraschung schreien. Und das jahrelang warten sie darauf. Das ist ja ganz toll. Okay, Moment. Ich brauche zuerst... Zuerst mal die Nummer. Was haben wir denn hier? Äh. Was ist das da? Okay. Die letzten sechs Ziffern. Also... Okay. 65, 55, 01. 65, 55, 01. Komm schon, komm schon. 65, 65, 01. 65, 55, 01. 65, 55. Und 01. So. Und denig. Was? Okay, warum? Die letzten sechs Ziffern. Ach, okay, das letzte fehlt. Ja, wow. Okay, verstehe, was wir tun müssen. Okay, dieser Vollidot hier hat es falsch geschrieben. Das ist ja ganz toll. Wer auch immer das war. Okay, hier. 3301, 5-5. Okay, 5-5, 0-1, 3-3. 5-5, 0-1, 3-3. So. 5-5, 0-1, 3-3. 5-5-5-5-5. 5-5, 0-1. Na komm, 0-1, komm schon. 0-1 und 3-3. Das war zu viel. So, na geht doch. Oh, shit. Oh, shit. Ah, der wollte uns nur verwirren. Und das hat er auch geschafft. Ja, wow, das ist alles. Okay, der hatte eh nichts. Der war arm. Das war schon alles. Hm. Ich glaube, ich habe noch hier Ammunition bekommen, okay. Nein, immerhin etwas. Okay, das war schon alles. Keine Waffenteile, gar nichts. Aber okay, es war auch ein gebrauchtwaren Händler. Die haben generell kaum was. Hm. Okay, so viele Kleider. Interessant. Tja, ist aber nichts für uns. Okay, cool. Das hätten wir. So. Und jetzt vorsichtig weiter. Okay. Vorsichtig weiter. Da ist eine Falle. Wie sieht sie aus? Gibt es hier? Okay, ist auch eine Falle. Gibt es da auch ein Lut? Oder was ist hier? Ich habe das Gefühl, das geht da hier weiter. Da, wo Tommy entlang ging. Da müssen wir hin. Aber was ist dann hier? Viel her love. Okay, was ist denn hier für eine Religionsscheiße wieder? Ja, das gefällt mir nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Wo sollen wir hin? Ich glaube, hier ist auch noch eine Falle. Habe ich das Gefühl. Schön vorsichtig. Okay. Ah, hier ist ein Boxclub. Interessant. Ist da was Interessantes? Hast du was gesehen? Ah, hier ist nichts. Okay, toll. Okay, ja, hier wurde geboxt. Interessant. Und Selbstverteidigungskurs. Ich verstehe schon. Ja, hier ist nichts weiter. Schade. Cool. So. Ja, Ellie braucht das nicht. Sie kann es schon. Interessant. So, was haben wir denn hier? Okay, Rebecca. Inzwischen musst du mitgekriegt haben, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Ich liebe dich, aber ich kann einfach nicht fassen, dass du dich mit diesem verdammten Faschisten zusammentust. Sie haben einen meiner Nachbarn getötet. Sie zählten ihn auf die Knie und erschossen ihn vor seinem eigenen Haus. Er hieß Jimmy. Ich kenne ihn, seit er 13 war. Damals habe ich ihn dabei erwischt, wie er eine Zeitschrift aus meinem Laden klauen wollte. Ich war die Erste, bei der er sich geoutet hat. Okay. Er hat so ein seltsames Gebet gesprochen, bevor er starb. Ich klicke es nicht mehr aus dem Kopf. Möge der Strom ruhig sein. Möge sie mich heimführen. Okay. Ich werde erstmal zur Hütte gehen und überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich hoffe, du kommst wieder zu Verstand und triffst mich dort. Okay. Okay. Hm, interessant. Okay. Waren das jetzt hier die Väteratypen mit dieser Religion oder die WLF? Okay. Ich glaube eher die WLF. Ich glaube, die haben diesen Scheiss hier. Ja, würde mich nicht wundern. Aber was hat das hier mit Joel zu tun? Verstehe ich immer noch nicht. Hm. Wollte Joel die Liebe nicht oder wie? Ja, keine Ahnung. Hm. Okay, hier ist nichts. Aha. Failure is nothing more than a second chance so aussieht. Außer man hat keine zweite Chance. Dann ist Failure aber da ist nicht mehr. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Ah, eine Werkbank. Okay. Interessant. Ja, jetzt haben wir kaum Waffenteile. Und finden hier so eins. Also nicht so toll. Okay, wow. Bringt ja nicht so viel. Das hier ist gerade ein bisschen fehlplatziert. Aber okay, falls man hier das andere nicht findet, dann macht das schon Sinn. Okay, und das war's. Hm, schön. Hm. Okay. Dann müssen wir hier wohl doch rüberspringen. Wie's aussieht. Wie's aussieht. Aber was dann? Hm. Wir sehen hier ja sonst kein Weg. Soll das hier so sein? Können wir so rüberspringen? Nee. Können wir das hier öffnen? Ja, aber echt. Was soll das denn? Wo kommen wir hier hin? Ah, das ist das hier. Okay. Ah, das können wir doch öffnen. Okay, alles klar. Wollte schon fragen, was denn jetzt? Ja, Hulk-Modus los. Ah. Huh. Es gibt jetzt auch einen Hulk-Kin. Gibt es auch. Hm. Wo können wir hier hin? Oh, shit. Ist da eine Falle? Da ist eine Falle. Okay, aber wieso können wir dann hier raus? So. Schön vorsichtig. Liegt hier Lut? Äh, leider nicht. Okay. Dann müssen wir da vorne hin. So. Ah, du bist schon da. Hm. Hm. Okay, dann gehen wir nicht hin. Ah, hier hinten hoch. Okay, alles klar. Oh, toll. Jetzt sind wir wieder nass. Häuser eklig. Hm. Okay, dann gehen wir nicht weiter. Hm, na schön. Tja. Und wo ist hier der Fernsehturm? Da vorne. Okay, nicht mehr weit. Da ist eine TV-Station. Ja, sag ich doch. Und was jetzt? Hm. Okay, so viele Flaschen. Was soll das denn? Ich denke, wir können hierher kommen. Ah, verstehe. Deswegen sind die Flaschen hier. Da weg, Tadina. Würdest du da weggehen? Ja, stimmt. Oh, es war verdammt laut. Oh, es war verdammt laut. Jetzt kommt bestimmt eine Klicker-Armee. Bestimmt. Hm. Okay, jetzt machen wir alles kaputt. Und das wird jetzt nicht aktiviert. Wenn er so wackelt, ist klar. Okay. Ja, er ist richtig laut. Und das war's. Okay, ist da oben noch etwas? Aber wir können nicht klettern. Okay. So, wir sind hier oben hin. Ah, sieht so aus. Oh, shit. Stay down there. Die Stärze sind aufgelistet. Äh. Kannst du sie detonieren? Nicht hier. Ah, wir müssen zurück. Darf ich bitte zurückgehen? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich glaube, es ist da. Schade. Okay, äh. Wo ist denn hier noch eine Flasche? Wir brauchen eine Flasche. Flieh, Flasche. So. Okay, geht das hier überhaupt? Ah, okay. Verstehe. Von da. So. Von hier aus. Okay, alles klar. Gut. Dann. Ja, muss eigentlich nur du weg. Nur einer muss weg. Ah, das war daneben. Schade. Nur einer muss weg. Und das bist du. Aber sie verarschen. Wie schmeißt die denn? Dann halt so. Uh. Okay, das hat jetzt doch beide aktiviert. Das spielt keine Rolle. Oder sie müssen uns angucken. Es können auch infizierte gewesen sein, die reingelaufen sind. Also es ist nicht sicher, dass es Eindringlinge waren. Ja, mal schauen wie. Ah, von da. So, schön außenrum. Und hui. So können wir es öffnen. Na los, Dina. Schöne, elegant. Boah. Nice. Ah, wie sieht's aus? Ah. Gut. Und ich hoffe, sie ist noch da. Hm. Und ich hoffe, Tom ist auch da. Ja, ganz leise. Lass mal hier umschauen.